Willkommen bei LZ Parts im Onlineshop der Lüdemann und Sanker AG. Heute was brandneues für euch. Seitenblinker mit LED. Wird kommen. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Haben wir hier schon eingebaut. Im Dacia das der Admiral. Sieht dann so aus. Wunderbares Abstrahlverhalten. Schön hell. Widerstand ist auch gleich drin, so dass wir keine Probleme kriegen mit der UCH beziehungsweise mit der Steuereinheit, weil die Widerstände eventuell nicht stimmen könnten, wie auch immer. Kommen soll dieser LED Seitenblinker in drei Variationen und zwar in schwarz. Dann wird das, was hier außenrum in Chrom ist, schwarz sein. Die Reflektoren von den LEDs werden aber Silber bleiben. Und die Ausführung Smoke. Smoke wird dann praktisch die komplette Abdeckkappe hier aus Kunststoff wird dann im Grau ungefähr sein. Und natürlich in dieser Form Chrom. Ich wollte es euch einfach nur mal kurz gezeigt haben, dass ihr wisst, was da demnächst kommt. Wir haben jetzt eine Umfrage auf Facebook gestartet. Ich hoffe auf rege Beteiligung, denn wissen wir auch ungefähr, wo es lang geht, damit wir genügend Seitenblinker nachher für euch zur Verfügung haben, wenn es sie denn gibt. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir circa drei Monate noch brauchen. Jetzt ab diesem Zeitpunkt, bis diese Blinker dann am Markt erhältlich sein werden. In diesem Sinne hoffe ich natürlich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und natürlich auch wie immer. Bis denn dann.